So, jetzt eine Axt bitte. Hallo, mein Hund hat mir gesagt, dass unser Festnetz klingelt. Okay. Und zwar, wenn das Festnetz zu lange klingelt, dann fängt der Hund an zu heulen. So zeigt er mir das dann quasi an. Ja, warum nicht? Gut erzogen. Jetzt muss er nur noch Kaffee kochen und Essen machen, dann ist der Hund perfekt. Genau. Macht er ja auch, natürlich. Ja, da sind wir gerade bei Eibering. Darko, du wirst es nicht glauben, es gibt Katzen, die gehen aufs Menschenklo scheißen. Alle sind Fake. Ne. Die Videos kannst du sogar selber auf YouTube gucken. Ich weiß. Ich weiß. 19% davon ist einfach nur zusammengeschnittener Scheiß. Nicht, wenn es durchweg ein Video ist, dann nicht. Okay, selbst dann. Jeder normale, auch du kriegst es hin, ein Video zu schneiden, ohne dass man mitkriegt, dass dort ein Schnitt ist. Doch. Oder auf YouTube shoppen. Ne. Also wenn dort ein Cut drin ist, kriegst du es mit durch eine minimale Verzögerung. So. Auch schon nicht mehr, wenn man vielleicht mit Shotcut schneidet, aber bei dem, was ich dir damals gezeigt habe, habe ich nichts. Gar nichts. Ja du wieder. Mr. Perfe... Ich kann nicht mehr reden, das ist doch perfekt. Ich meine nur, aber wirklich 19% dieser Videos ist einfach ne Bullshit. Ne, es gibt aber wirklich Katzen, die gehen aufs Klo. Den kannst du das beibringen. Den kannst du nicht mal Sitz beibringen. Ja, das nicht, aber aufs Klo gehen. Wollen wir mal kurz schlafen? Wenn ich jetzt runterspringe, bin ich tot, ich stehe auf meinem Haus. Warte mal, das Bett, das bounce doch wieder hoch. Ja. Noll, man kann aufs Bett springen, ohne Fallschaden zu kriegen. Ich weiß. Geil. War aber schon immer so. Ich liege. Ich auch. Nix, nix. Das ist wieder, wenn ich mich verbaut habe oder so, meine Verbausprache. Könnte es sein, dass das denn genau dein Haus nachbaut? Nein. Oder das war auch meine Idee. Wenn Ike mit der Grundmauer angefangen hat, dass ich Pfeiler nehme, die herausgucken und dann die Ziegelmauer hochziehe quasi. Also, es ist doch egal, wenn das nachbaut. Bei mir ist das legal. Ja, guck. Mhm. Das klingt jetzt nicht so, ja okay, sogar Zeugen. Ne, das ist einfach nur, wenn ich nicht gerade zuhöre. Achso. Also, immer. Ich bin ein ganzer Zuhörer, ich muss dich ja auch aushalten. Boah, du Arsch. Das hört sich ja so an, als ob ich übel schlimm wäre. Jetzt sag nichts Falsches, Darko. Es kommen noch 10 Milliarden Projekte, bei denen du mitmachen willst. Ja, eher weil ich genötigt werde. Ne, bei dem hast du dich selber freiwillig eingetragen. Das kannst du nicht bestreiten. Weil, wie fährt der sich nicht freiwillig eingetragen? Eigentlich bei Gorkam. Star Wars zum Beispiel war ja auch seine Idee, denke ich. Ne, ne, du hast mich ja nach 10 Jahren überredet, mir dieses Spiel aufs Ding zu holen. Ja, naja, es war gratis in dem Moment, aber, was du nicht, äh, hast du nicht gesagt, dass ich das bringen könnte auf YouTube? Ja, aber das war ja auch nicht berichtet. Naja. Naja, doch, weil du es ja dann selber noch gespielt hast. Du hast sogar noch vor mir angefangen mit Spielen. Hm? Jaaa. Guck mal, das weiß ich ja schon gar nicht mehr. Ah, das ist Star Trek. Das ist jetzt vergesslich. Ich hab vor dir angefangen zu spielen, weil ich auf dich gewartet habe. Das war das. Ne, du hast vor mir angefangen. Genau, da stand ich ja in der Lobby und hab auf dich gewartet. Aber richtig mit Spielen haben wir gemeinsam gestartet. Ja, weil du ja dann einen neuen Charakter erstellt hattest. Ach so, du meinst meinen Anfangscharakter, wo ich die Welt für uns gefunden habe. Mhm. Ja gut, wenn du das als Spielen siehst, ja, dann hab ich vor dir gespielt. Ja, ich sehe alles als Spielen. Okay, nein. Wir haben sogar Kürbisse. Äh, ja. Aus der Minenschacht-Kiste. Und da hab ich immer noch ein paar Seeds von. Ich baue gerade Bäume, aber ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Was? Hm. 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 Ich kann immer beobachten, wer in die Mine geht. Moin, oder? Moin. Ähm. Das sehe ich zu dir schon wieder. In der Mine riecht schon wieder schnell ab. Ich, ähm, ne. Ich brauche tatsächlich eigentlich Stein. Also muss ich mir gerade Bruststein besorgen. Das war hier. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ähm. Für Ziegelsteine. Ähm. Eigentlich meine Frage. Hast du die Ziegelsteine eigentlich eben Crafting Table gemacht? Äh. Die Stone Bricks? Mhm. Je nachdem. Wenn ich, äh. Wenn ich gerade Lust hatte und den angeklickt habe, ja. Ja. Ansonsten mache ich die auch im Inventar. Ja, nein. Es geht darum, dass wenn du ein, ähm, wie hieß das nochmal, ähm, diese Steinsäge machst, ähm, dann macht die dir das 1 zu 1 und slaps mal zwei. Ja, die Säge haben wir ja noch nicht. Die findest du ja nur ein Dürfwand. Nein, die kannst du auch quaften. Habe ich ja gequaftet. Na lol, okay. Das wusste ich wieder nicht. Mit, äh, drei Steinen in einer Reihe und ein Eisen in der Mitte darüber. Dann hast du die Säge. Ja. Tja, bin ich wieder auch etwas schlauer. Ich überlege, wie war das denn? So wie auch die Räucheröfen und so kannst du alles abbauen. Ich muss jetzt mal kurz die Rausten haben. Aber den Schmelzofen, Justin, kannst du nicht bauen, oder? Doch. Auch. Ne, da geht das nicht, Alk. Ne, da ist alles deaktiviert, das stimmt. Ähm, hier. Ich muss mir ganz kurz ein Bild angucken, wie ich das gebaut hatte. So, ne? Und da war ich fast richtig. Fast richtig. Fast richtig, das ist aber auch nicht ganz richtig. Okay. Na, stimmt auch wieder. Justin ist jetzt ein Pingel. War ich das nicht schon immer? Nein, nicht mehr. Da sind die Steine hier falsch. Da sind die falsch gesetzt. Ich hab schon meinen Lebensunterhalt gefunden. Eins, drei, drei, vier, fünf. Eins, drei, drei, vier, fünf. Arch, eins, zwei, drei, fünf. Zählen sollte gelernt sein. Mhm. Hat eigentlich noch jemand ein Dia übrig, weil dann könnten wir anfangen einen Verzauberungstisch zu bauen. Ich hätte noch vier Dias in der Kiste. Ich habe nämlich auch noch einen übrig. 2, 3, 4. Habt ihr schon ein Obby abgebaut? Nö, aber ich denke mal ein Darko wird schon eine Dia-Picke haben. Ja, ich habe auch schon eine Dia-Picke. Ah, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Nein, du hast auch schon eine. Ich habe auch schon eine, Justin. Was denn? Das war das erste, was ich gebaut hatte. Nein, so hätten wir uns rausregen können, dass wir das nicht machen. So meinte ich. Ja, dann kann ja einer, der nichts zu tun hat, diese Obby fahren. Ich habe was zu tun. Blöde Frage, wie viel braucht man denn? Vier Stück. Sicher? So viel? Ja. Vier Obby, zwei Dias und ein Buch. Ich mache das Buch. Das habe ich ja alles schon. Und ich gebe den einen Dia dazu. Also muss Darko Obby fahren. Toll. Kriege ich von euch mit Picke? Du hast doch schon eine. Nein. Nein, meine ist ja explodiert. Nee, bestimmt. Meine ist fast broke. Äh... Warte mal... Ja, dann geh ich zu Justin. Ja, äh... Dann soll... Justin... Äh... Der in der Mine ist. Toll. Ich bin in der Mine. Hast du die Dias dabei? Ne, die liegen in der Kiste bei mir. Aber er hat ja eine Picke. Ich habe eine. Ja, ne, passt auf. Dann nimm dir beim Justin, äh, die drei Dias raus. Crafte dir eine. Und... Aber dann haben wir nicht genug für den Verzaugungstisch. Doch, Bon. Du brauchst nur zwei. Ike hat eins und ich dabei. Ich habe da noch einen und Justin hat da noch einen. Da... Und außerdem habe ich wieder Dias gefunden, Darko. Ah, siehste. Kein Thema. Äh... Was wollte ich... Ich wollte es wieder haben. Ich habe jetzt sechs Dias wieder. Ich bin jetzt einfach nur in eine Mine gegangen, weil ich eigentlich nur Stein brauche. Und zufällig habe ich Dias gefunden. Ja... Zwei... Drei... Vier... Zufälle gibt's. Hm. Äh... Justin, wenn du Diorid findest, kannst du mir das bitte mitbringen? Mach ich. Danke. Bitte. Meins ist alle. Ich eigere mich gerade. Ich habe nämlich Diorid gerade über... äh, vor zwei Sekunden gesehen. Baue ich euch ab. Wie viel brauchst du denn ungefähr? So viel wie geht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, war ich nicht. Da war... Ich kann net mehr bauen. Ich ist ja nun Schiefmann, der ist das denn. Was der Akku gerade bekommen hat. Robby. Ach so. Auch wieder was gegangen. Das Zug ist drei, drei, da. Da und da. Da und da. So, ähm... Ich fange jetzt erstmal auch einfach nur genau die vier, Robby. Ja. Weil das dauert echt lange ohne Verzauberung. Ähm, ist heute Nacht. Ja. Wo wollen wir den denn vorerst hinstellen halt? Ähm, irgendwo wo jeder das sieht am besten. Kann man den nicht auch abbauen? Doch. Wollen wir das denn kaputt gehen? Wollen wir das denn kaputt gehen? Ja, den kann man wieder bauen. Ist das doch erstmal relativ, oder? Klar, aber ich fahr jetzt einfach nur. So, ähm... Das, ich nehme den Dia raus. Den Weg zu Ike. Ich habe schon wieder Dias gefunden. Ich fahm nur gerade Diorite für Ike. Da und da. Also, ich habe auch heute eine... Ich stelle das da bei dem See hin. Ja, mach, mach. Wenn ich überlebe. Ich habe Glücksträhne heute. Und eine Todessträhne. Und eine Todessträhne. Ja, aber ich habe dafür schon jetzt... Äh, obwohl ich nur Stein finde, schon zwei Ader... Stein wollte, nur schon zwei Ader Stias gefunden. Also das ist, ähm... Akzeptabel. Das müsste jetzt... ein Level-3er-Tisch sein. Warum kann ich die, sind die ja nicht aufheben? Level-3er-Tisch? Hast du schon einen Tisch? Nee, ich warte ja, bis der steht. Ach so. Ach, du machst schon einen Pickel? Ich kann die, sind die ja nicht aufheben. Äh, ich habe ein Buch und die Pickel. Ja, das... ...habert gerade an Leder. Weil ich ja für die beschreibbaren Bücher auch schon Leder verballert habe. Ja, hau erst einmal nur hierher. Wir bauen hier sowieso dann später noch ein Haus drum. Oh, Effizienz 1. Wann mal verzauberst du gerade die Bücher? Ein Buch und die Pickel habe ich verzaubert. Justin left the game. Justin joined the game. Justin joined the game. Äh, gleich. Und dann geht das nicht mehr aus. Kannst doch trotzdem verzaubern, auch wenn es dunkel ist. Ja, aber nicht wenn da 10 Skelette ungefähr stehen. Doch. Na gut, dann mach mal halt. Ich bin fertig mit verzaubern. Du hast das scheiß Werkzeug verzaubert. Ne, mein Schwert, äh, die Diapick und ein Buch. Guckt. Hab jetzt noch ein Level. Ey, ich hab noch kein weiteres Dia-Zeug. Ja, aber selbst ein, sehr gut, Dia-Zeug würde ich auf dem Level auch nicht verzaubern. Ne, für den Anfang habe ich das jetzt gemacht. Heißt ja nicht, dass wir keine Dias mehr finden, ne? Aber man kann auch die Verzauberung wieder runter machen mit einem Schleifstein. Ja. Den kann man auch kosten. Ja, das hat Darko mir schon mitgeteilt, dass das geht. Hast du das Dia-Zeug explodiert? Weiß ich nicht. Justin. Ach, wie schnell das kam, weiß ich nicht. Also, ich hab keinen Schaden bekommen auf alle Fälle. Wollen wir jetzt mal kurz schlafen gehen? Äh, ich liege. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann gerade auch nicht, vor meinem Bett steht tatsächlich ein fucking Skelett. Also kann ich wieder aufstehen. Ich bin nur noch auf dem Weg zum Bett. Oh je. Oh je, scheiß Zombies. Hört sich sehr berauschend an bei euch. Ja, deswegen wollt ihr ja auch eigentlich schlafen. Justin. Kannst du... Justin, bau dich einfach ein. Äh, bringt nichts. Wenn Mobs in der Nähe sind, kannst du dich nicht hinlegen. Ja, aber dann kann Ike ihm zu helfen kommen. Weil er stirbt ja jetzt. Er hat ja jetzt allein in der Minute zwei Tode gehabt. Ah, ich seh, der Zombie ist im Haus drin. Justin, geh weg. Oder auch nicht. Joa, das war's mit Helfen. Ja? Ja. Ich hab eine Belohnung für dich. Kommst du mal zu mir? Boah, ich hab mich grad wieder ins Bett gelegt. Wenn Darko ja noch nicht so weit ist, ich lauf dir mal entgegen. Ich liege. Guck, guck, ich hab eine Belohnung, weil du mir helfen wolltest. Justin, ich liege. Ich liege auch. Also Darko bezahlt dich dann für das Diorit. Jetzt werde ich mit Pfennig dafür ausgehen. Boah, mein Handy hat schon wieder vibriert. Das hat man bestimmt gehört. Nö. Dann ist gut. Ähm, Ike, ich sag mal so, eigentlich kannst du... alle neuen Sachen, also Blöcke wie Steinsäge, etc. bauen. Und so. Das ist nur halt die richtigen Werkzeuge dafür. Äh, warte mal. Irgendwas ging nicht zu craften, das weiß ich. Ich meine, es geht alles. Auf alle Fälle weiß ich, dass er eine Steinsäge quaffbar ist. Also wir dachten, dass... oder ich dachte jetzt die ganze Zeit, dass Schmelzofen nicht geht. Ich meine Schmelzofen sollte auch gehen. Also wir haben auf äh, Eldercraft definitiv kein Rezept dazu. Räucherofen geht. Genau, den haben wir auch. Äh, Schmiedetisch geht, äh, Webstuhl geht. Den Schmiedetisch brauchen wir ja dann für Netherite. Genau. Ist, äh, auch ganz einfach zu craften mit zwei Eisen und vier, äh, Holzplanken. Äh, das... Räucherofen hab ich zum Beispiel noch nicht frei, also... Räucherofen. Ich hab Ofen gecraftet, dabei hab ich den freigeschaltet bekommen. Ja gut, ähm, ich bin aber jetzt auf Räucherofen. Ja gut, meine Aufnahme ist auch erstmal zu Ende für jetzt hier.